Wunderschönen guten Morgen miteinander. Wir sind hier mitten in der Mongolei. Es ist kurz vor der 7 Uhr. Die Sonne geht gleich auf und wir packen gerade unsere Sachen, weil die Nacht kalt war. Michele legt jetzt gleich das Zelt zusammen. Das geht zack zack und schon sind wir ready für die Abfahrt. So, ich gehe jetzt mal helfen. Tschau zsame. Ich hoffe, ihr hört die Pfebel zwitschern. Wir sind etwa auf 1400 Meter oben. Vor uns ist dann das höchste, das es gibt und ein Weg, den wir entlang müssen. Weil, gell? Das neue Seite, wir müssen da durch. Unser super Navi. Unser Garmin. Das ist noch ein Navi. Erkennt man es leider nicht, das ist mir schon klar. Ja, nein, nein. Aber er sagt, wir müssen da durch. Er kann nur Koordinaten lesen, also er sagt, wo wir lang müssen, aber nicht auf Luftlinie. Das heisst, wir müssen jetzt hier entlang und wissen nicht recht, was auf uns zukommt. Wenn Banana und Guru mal gefunden haben, wir verlassen mal die einzigen vier Hauptachsen, die es gibt. Und wir machen mal querfeldein, ja. Das kann man ja in Mongolei. Aber ab und zu ist halt mal etwas Größeres im Weg, wie ein Graben oder Berge. Und dann schauen wir mal, ob wir es da schaffen. Wir sind schon länger, sicher seit drei Stunden auf einem nicht befahrbaren Weg eigentlich. Aber mit diesem Landcruiser hier geht ja das. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018